Okay, ich weiß jetzt, wo wir hingehen müssen. Aber erstmal will ich diesen Zombie da loswerden. So, hab ich erledigt. Und hier ist Leben, für mich. Da, die Tür ist zu. Das weiß ich. Auch ohne Karte komme ich ja klar, Leute. Zu dir gibt es ja Workfruits. Workfruits. Okay. Jetzt muss ich durch die Tür hier. Hier gibt es nichts. Das ist nichts. Ich Shields. Das ist nichts. Die, 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 die... Ich laufe einfach mal durch. Und hier gibt es auch noch Leben in der Mädchentoilette. Wir holen das Leben noch, damit es voll ist und los geht's. Ach, Mann. Und hier geht's weiter. Ich fühle mich echt nicht wohl in der Dunkelheit, um irgendwas so rumzugehen. Ist es nur eine oder sind es mehrere? Mann, halt die Fresse. Oh, wie ich dieses Geschrei von den Missgeburten hasse. Das ganze Leben, was ich jetzt geholt habe, ist jetzt im Keller. Mann, ohne ein Material fühle ich mich echt nackt. Ach ja, die beiden Türen sind verschlossen. Das ganze Leben ist mir gut. Okay, die haben den Körper zerfressen. Geht klar, ist nicht mein Problem. Hier muss irgendwo Leben sein. Okay, hier ist nichts, was ich nehmen kann. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Oh nein. Oh, Leben. Munition. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich brauche eher Sniper-Munition. Ich habe auch kein Map für dieses Gebiet. Habe ich auch gerade so gesehen. Wir sind jetzt gerade auch im ersten Stock. Okay, Medizin. Wo ist er denn jetzt? Da ist er nicht. Warte mal, aber hinter dem Regal, wie ist er jetzt da durchgeglitscht? Ich muss das nicht verstehen, oder? Hm, okay. Okay, wir haben ein bisschen nicht so viel abgezogen. Ich konnte es noch im Minimal irgendwie zurückhalten. Ah, Munition. Noch einer von denen. Wenn ich schon nicht die Sniper-Munition habe, dann werde ich die auch nutzen. Ich habe hier nicht alle gebraucht bei dem Kerl da hinten. Ach ja, das war jetzt der letzte Boss in diesem kompletten Spiel. Jetzt fehlt nur noch der Final Boss. Dann ist das Spiel auch vorbei. Komplett. Finito. Ich mache auch gleich einen Cut. Da habe ich auch gerade meinen zweiten Part dann fertig. Oh. Und wir sehen uns das nächste Mal.